Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben in der Davenport-Siedlung und haben da unsere erste Siedlungsmission gemacht. Haben ein paar Einsiedler für uns bekommen, die für uns Holzfällen und so weiter und Waren herstellen. Und wir können auch schon die nächste machen und auf der war ich gerade auf dem Weg dahin und die ist da oben auf der Klippe. Wir müssen nur gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Das scheint doch ein guter Weg zu sein mit den Baumstämmen. Du sollst dich nicht verstecken. Ach Gott, ist das alles hier verwinkelt und... Naja, ich kletter einfach mal hier auf den Baum rauf, dann bekommen wir hoffentlich mal ein bisschen mehr Übersicht. Ja, oder machen so. Warum auch nicht. So. Ich will nämlich da auf diesen umgekippten Baum, weil der bietet doch eine gute Plattform, um weiter zu klettern, zu den Felsbrocken, an denen wir dann hochklettern können. So, und hopps. Wow. Oh, okay. Der hat anscheinend ein paar Probleme. Dann wollen wir ihm mal helfen. Wow. Okay, geht direkt so los. Bam. Zack. Okay, dann machen wir die schnell fertig. Au. Aua. Ist ja gut. Verdammt. Okay, die sind ein bisschen stärker. Aber das macht ja nichts. Oh Gott, die haben auch so eine dicke Äxte dabei. Scheiße. Ich hab's... Ich hab's schon fast gedacht, ey. Weil ich da runterfalle. Ah. Ja, toll. Okay. Der dumme Idiot ist aber hinterhergesprungen. Und direkt mitgestorben. Jetzt müssen wir nur... Ey, der ist so dumm, der Connor manchmal. Jetzt müssen wir ihn noch da hoch, um ihn zu retten. Deswegen beeilen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen. Ja, ja, ja. Hör auf zu... Zu winseln. Ich mach das schon. Einen Moment. Ja. So. Okay. Okay. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Bist du wohl auf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert. Nur ein gehöriger Schreck. Was, Tachen? Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel. Und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert. Für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach, na ja. Ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen. Falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Yay. Lens kann neue Gegenstände herstellen. Wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Cool. Dann haben wir den Lens für uns gewonnen. Unsere Siedlung wächst. Der Schnitz das Waffen. Okay. Das war die Mission. Ich glaub, wenn sich jetzt keine neue Siedlermission aufgetan hat, dann können wir auch zur nächsten Hauptmission gehen. Äh. Gucken wir doch mal auf der Karte. Ne, sieht nicht so aus. Gut, dann können wir ja quasi dahin gehen. Können wir hier eigentlich Schnellreise machen oder sowas? Ne. Schade. Dann gehen wir halt dahin. Äh. Wobei das ein relativ weiter Weg wird. Aber gut. Das kriegen wir noch hin. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, der Achilles wollte uns ja da irgendwas zeigen, hat er gesagt. Gott, deswegen hat er uns ja dahin beordert. Und ich frag mich, was es sein könnte. Hoffentlich irgendwas, was sich lohnt. Nicht, dass wir den ganzen Weg umsonst machen hier. Ah, ich wollte eigentlich da rauf. Darauf. Connor. Gott. Stellt sich manchmal an, der Typ. So. Jetzt schwimmen zu gehen ist ein bisschen kalt, glaube ich. Deswegen versuche ich mal, auf den Baumstimmen zu bleiben. Hat doch gut geklappt. Wenn es nur immer so einfach wäre. So. Okay. Noch 200 Meter. Knapp. Äh. Oh. Ja. Jetzt kommt hier der große See. Wir sollen da drüben hin. Da könnten wir theoretisch hinschwimmen. Ist zwar kalt, aber spart uns ein wenig. Oh. Ne. Oh. Das hätte fast schief gehen können. Jetzt haben wir noch so ein kleiner Vorsprung. Naja. Ne. Uns wird ja warm dadurch, dass wir schwimmen. Hm. Bewegung hält ja einen warm. Hm. Das Wasser sieht aber auch nicht mehr ganz so sauber aus. Naja. Das kommt alles noch. Wir werden sogar, ja wir reinigen sogar das Wasser dadurch, dass wir die Siedlung aufbauen. Ne Quatsch. Aber. Ich könnte es mir vorstellen. Oh. Wir können wieder stehen. Sehr schön. Ich habe ihn. Alle halten für eine Legende. Aber ich habe ihn. Captain Kirt hat ein Geheimnis. Ganz klar. Gib mir nur ein Schiff und eine Crew. Und ich finde heraus, was ihm so wichtig war. Einst traf ich ihn, den Captain. Er war sieben Fuß groß. Ungelogen. Das sagt er. Beine wie Beute und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Okay. Irgendjemand lauert da über irgendeinen Captain. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir werden mit Achilles reden. Die Ausbildung beginnt. Hau ab. Spricht du das Königsprache nicht? Habt ihr dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du konntest. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manieren. Sie ist immer noch die Schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten. Aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche. Das Verton der Nordmeere. Das Boot. B-B-Boot? Sie ist ein Schiff-Bursche und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie-Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es Sie? In See stechen kann. Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, aber dann sollten wir dich lieber nicht an das Steuer lassen. In deinem Zustand. Naja, toll. Robert Faulkner. Gut, über den können wir noch was lesen. Und jetzt muss ich wieder auf die komplett andere Seite. Naja, Robert Faulkner. Geboren 1715. Robert Faulkner ist wahrscheinlich einer der meistbeschriebenen Mitglieder der Assassin-Marine, obwohl man ihn nie offiziell zum ersten Offizier ernannte. Robert Faulkner gehörte in seiner Familie zur vierten Generation Seemänner. Ich bin froh, dass ich das nicht laut gesagt habe, aber er war der erste in der Familie, der für die Assassinen rekrutiert wurde. Oh Gott. Er begann in der Royal Navy, aber als seine karrierisch stagnierte, teilweise weil er sich keine Offizierspatente kaufen konnte, trat er aus, um für die Vereinigte Handelskompanie zu arbeiten. 1753 verschwindet Faulkner aus den historischen Aufzeichnungen. Man nahm an, er sei tot, aber das liegt daran, dass er den Assassinen als erster Offizier des Flaggschiffs Aquila beigetreten ist. Faulkner war als Seemann sehr beliebt, ihn zu rekrutieren war ein Volltreffer wie die Bruderschaft. Er hatte den Ruf, eine disziplinierte Crew zu führen. Außerdem hatte er eine fast verblüffendes Talent, Ärger zu vermeiden. Und man darf die Wettervorhersage nicht vergessen. Ob aus jahrelanger Erfahrung oder durch eine andere geheimnisvolle Fähigkeit, weil ich total an so etwas glaube, wusste Faulkner, ob eine stürmische oder ruhige See auf ihn wartete und nutzte das zu seinem Vorteil. Stell dir das vor, ein natürlicher Wetterfrosch, der das Wetter genau vorhersagen könnte. Die Welt würde seinesgleichens nie wieder sehen. Faulkner diente an Bord der Aquila, bis sie 1768 fast zerstört wurde und zögerte immer, wenn man ihm den Kapitänsbosten anbot. Spoiler! Er sagte nie warum, aber seine Liebe zu dem Schiff war ganz rührend. Er verteute sie an ihrem Ankerplatz in Boston, obwohl es Zweifel gab, dass sie je wieder seetüchtig sein würde. Faulkner hätte an Bord eines anderen Schiffs wieder zur See fahren können, aber tat es nicht. Er blieb bei der immer mehr verfallenen Aquila und wandte sich dem Alkohol zu. Zu dieser Zeit ist der Connor begegnet. Achso, also war das das, was davor passiert. Gut, dann wissen wir also noch nicht, was mit dem Schiff passiert, wenn wir es wieder schaffen, herzurichten. Aber wie gesagt, das müssen wir erstmal schaffen. Und dazu müssen wir Holz holen. Aber vorher müssen wir jetzt erstmal, ja, zurück zu Achilles, der wahrscheinlich wieder im Herrenhaus wartet. Ich frage mich, wie schnell der hingekommen ist, der alte Mann. Naja, wir laufen einfach. Was soll's. Das kriegen wir schon hin. Das macht er bestimmt extra, das gehört bestimmt noch zum Training, zum Fitnesstraining. Deswegen hat er uns auch in Boston alleine gelassen, sodass wir alleine nach Hause finden mussten und uns durch die Wildnis schlagen durften und so weiter. Na gut, wir sind ja eigentlich mit dem Schiff gefahren, von daher war das ja noch human. Oh. So. Er ist natürlich im Haus. Das hätte ich auch anders erwartet. Na gut, da wären wir auch schon. Dann gehen wir mal rein. So, Achilles. Bist du da? Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Äh, das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich erzählt habe. Dieses komische Handelssystem, was kein Mensch braucht. Aber wir können es ja versuchen zu lernen. Ich werde es trotzdem nicht benutzen. Im Berechtlager können sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in ihrem Besitz angezeigt. Godfrey und Harry haben Eichenholz zur Verfügung, dass sie ihn abkaufen können. Ja, machen wir doch mal. Dann kaufe ich halt dreimal Eichenholz. Bitteschön. Das Lager enthält nun Eichenholz. Und jetzt das Handelsmenü. Okay, da. Das Eichenholz kann über einen Konvoi an Händler verkauft werden. Die Waren müssen dem Konvoi zugewählten. Ja, jetzt tun wir nämlich das Eichenholz da rein. Jetzt rufen wir uns noch einen Händler aus. Wir haben aber nur einen. Zack. Und müssen ein Dreieck drücken, um den Konvoi zu einem Händler zu schicken und müssen auf Risiko und sowas. Okay, er hat nur 35%. Das heißt, der dürfte eigentlich da durchkommen, ohne ausgeraubt zu werden oder sonst was. So. Versenden wir ihn mal. So. Und sowas mache ich jetzt nie wieder. Jetzt habt ihr das einmal gesehen. Das reicht. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwangen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihn jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Das kann man so sagen. Ja, und seht mal da, das Schiff ist wieder erbaut worden. Sieht schick aus, oder? Zwar nichts Besonderes, aber es sieht gut aus. So, ähm, ist das denn jetzt der Einzige, was wir haben? Hm. Äh, ja genau. Hier ist noch ein neues Symbol, nämlich, äh, interaktives Gespräch. Das heißt, wir können mit unseren Leuten reden. Mal sehen, ob wir es im nächsten Teil machen werden. Äh, definitiv nicht mehr in dem Teil, denn die Zeit ist vorbei. Vielleicht laufe ich da, oh, vielleicht laufe ich da offscreen hin, ich werde es mal sehen. Ähm, bis dahin sage ich auf jeden Fall erstmal, das war es für Assassin's Creed 3. Im nächsten Teil geht es weiter und ja, dann sehen wir uns wieder. Also bis dann, ciao.